Diesmal kann ich es auch tatsächlich machen. Bäm. Sanji ist komplett benebelt dadurch. Okay. Nice. Ich würde da gerne rein, dass Kizaru. Kizaru ist tatsächlich bei uns. Wow. Enel zieht sich vorübergehend zurück. Das heißt, die elektrischen Dinger werden auch besiegt. Ähnliches wieder aufgetaucht. Äh. Lass mich da durch. Dankeschön. So, jetzt bin ich mich auch immer um alle kümmern. Ich hätte auch Luffy nehmen können. Das hätte gepasst. Ah. Was? Du hast da. Oh. Okay. Ja, gut. Er kann Elektrizität kontrollieren. Wir hatten es ja schon mal. Die Diskussion, ob er dann auch alle elektrischen Geräte, äh, kontrollieren kann. Und offenbar wird hier davon ausgegangen. Bäm. Moment, wenn es eine menschliche Form ist. Oh, fuck. Ich habe nicht genug. Das erklärt's. Ja. Am besten einzeln. Äh. Alle ausschalten? Das ist relativ heftig. Waaaa. Okay. Japp, 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 japp. Bam, 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 bam. Ich habe gerade eine SMS. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm. Lasst mich mal kurz pausieren. So. Sorry. Wieder da. Bam, bam, bam. Das Wichtigste war tatsächlich nicht, äh, dass der Ton, der aus... Ich muss echt nicht mal in mein YouTube-Studio einen anderen Ton zuweisen. Echt. Ach, das ist so. Ich meine, ich finde es normalerweise gut, wenn ich eine Nachricht bekomme, wenn ich einen Kommentar von euch bekomme. Aber, naja. Ich würde es schon gerne von einer SMS oder von WhatsApp, besser gesagt, unterscheiden. Oh, nicht das Zerteilen. Ey, das Zerteilen wird nicht gezeigt, so rum. Ob das eine geheime Sequenz ist? Weiß ich nicht. Musst ihr mir sagen. Erkennt man ja nicht, wenn man gerade sowieso zufällig die Charaktere dabei hat oder so. Wobei, ich... Achso. Die haben die tatsächlich besiegt. Wow, okay. Was? Nein. Ist er nicht... Was? Redest du da? Ganz ruhig. Da ist niemand. Nö, da ist niemand. Okay, gut. Das Spiel ist nur wieder hinterher. Dann fangen wir mal mit dieser Pazifista an und holen unser Zeug dann wieder zurück. Ist eigentlich bei uns die Marine? Nein. Hier ist es. Bam, bam, bam. Sanji spielt sich schon ziemlich gut. Hopp, 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 hopp. Kann ich mich nicht beschweren? Stopp, damm. Und man kann mit dem sehr gut spielen. Er spielt sich nicht nur sehr gut, man kann mit ihm auch sehr gut spielen. Bam. Es ist nicht dasselbe. Hell Memories. Wow, das wird beide beinahe besiegt. Dann gucken wir uns das erstes mal um dich. Bam. Und... Was? Was? Ist er auch noch kaputt? Das macht keinen Sinn. Das ist niemand, den man wiederbeleben kann. Game. Please. Stop don't making sense. Oh. Ich muss mich erst mal glauben. Ah, okay. Ah, dadurch kann man den Schwächen. Dann machen wir das doch. Klingt nach einer guten Idee. Nein. Bevor du überhaupt damit anfängst, kannst du es gleich wieder vergessen. So. Und dann können wir wieder deaktivieren. Brauche ich gerade nicht. Bam, 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 bam. Spann den hier. Einen nach dem anderen. Ich brauche eigentlich noch nicht mal. Aber ich mache es trotzdem. Weil es cool ist. Coole Dinge sind cool, richtig? Ah. Ist jetzt... Okay. Und soll damit wirklich mehr als einen kriegen am besten? Aua. So. Dankeschön. Das sagst du so, aber trotzdem habe ich gerade Sorgen. Ja, der nimmt sich halt auch zwei Pazifisten hier vor sich. Bam. Hier mal ein bisschen aufräumen. So gut es geht. Dup, 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 dup. Ah, sehr schön. Anderen auch noch. So gut ich es hinkriege. Und dann kann Robin noch den Rest zerstören. Wenn überhaupt nötig. Wenn da doch. Ist nötig. Zumindest auf diese Art und Weise. Okay. Damit habe ich wieder meinen Style voll. Super. Bam, 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 bam. Jetzt. Und jetzt. Aua. Damit. Ja, ich muss mich jetzt wieder zu verwandeln. So. Gab. Dup, 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 dup. Helfen wir mal dem Feind. Auch egal. Aua, 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 aua. Hau auf damit. So. Ich mach da kurzen Prozess. Dump, dump. Okay. Ist das da? Oh Gott. Ich will das nicht mehr. Egal. Passt schon. Come on. Werde besiegt. So. Aber ich denke mal. Da wo ich dann demnächst hinziehen werde. Sollte es auf jeden Fall eine gute Hinterleitung geben. Wobei. Das war ja in sechs Monaten wo ich weg war. Eigentlich auch der Fall. Und ich habe es trotzdem nicht richtig geschafft live zu streamen. Hoffentlich. Habe ich da jetzt diesmal eine andere Einstellung. Nein. Kommt halt echt auf die Lust an. Ich bin halt kein Livestreamer. Aber so wie Zombie oder sowas kann man das ja schon machen. so ab und zu. Oder sich ein Spiel vornehmen. Und es dann ab und zu für zwei Stunden live streamen oder so. Dafür halt oft. Aber nicht lange. Dump, dump. Das ist dann schon eher etwas, was ich mir vorstellen könnte. So. Das ist noch einer. Die Fister versammeln sich. Davon sehe ich nichts. Das sind nur noch zwei. Bam. Krillschuss ist echt gut. Aber. Skywalk hat halt auch noch eine riesen Chance zu stunnen. Das ist halt das heftige. Und damit kann man richtig gut juggeln. Es ist mir egal, wenn die das reingenommen haben. Ich komme da eh gleich wieder hin. So. Kommt noch mehr? In Schwierigkeiten. So. Du bist in Schwierigkeiten. In Schwierigkeiten ist aber noch nicht so schlimm. Das ist noch genügend Zeit. Um hier ein bisschen aufzuräumen. Nein. Das unterbinden wir gleich mal. Aua. Das tat übrigens ein bisschen weh. Dup, 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 dup. Bam. Schon wieder? Und dann Whitebeard helfen. So auch immer, da sich so viele Feinde vornimmt. Hilfe. Also. Wow. What? Ah, du hast ihn beinahe besiegt. Immerhin. Nein. Brich die Verteidigung hier. Bitte. Danke schön. Du auch. Really? Na gut. Bin ich hier etwas zu schnell? Oder wieso fangen alle an, sich zurückzuziehen? Äh, rückziehen zu wollen. So. Bam, bam, bam. Da, 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 damn. Okay, machen wir erst mal. Ah, fuck. So. Damit es jetzt klappen. Noch ein bisschen näher zu mir kommst, dann habe ich Zorro geheilt. Das würde mir nicht gefallen. Aua. Damit. Ich erinnere mich an den Koma-Laser. Aber. Egal. Bam. Very nice. Okay, das sollte dann auf jeden Fall ausreichen, um Edel den Chaos zu machen. Hab jetzt nicht alles. Willy? Was tust du, Whitebeard? Ich möchte nicht, dass er flieht, aber da, fuck. Also, in Schwierigkeiten. Halt. Kein Fluchtversuch, oder? Ne, 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 ne. Das würde man auf der Karte sehen. Okay, in Schwierigkeiten. Ja, das kommt ja sowieso immer wieder. Bam. Vergess, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich verwechsel die beiden Meldungen, als er ab und zu. Bam. So. Wow. What? Ich habe auch Haki. Ich lasse mich damit nicht mehr wirklich beeindrucken. Ich sollte nur darauf achten, dass ich die Kiste noch einsammle, bevor es aufhört. Aber darum kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Bam. 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 Das sage ich um besiegen, beinahe. So. Damit. Nicht ganz geschafft. So. Jetzt können wir ihn auch besiegen. Tja, deine Bitte helfen dir auch nicht. Oh, fuck. Das geht so schnell. Aber Hellmemory sollten auf jeden Fall gehen. Oh, das verschwindet komplett. Das ist cool. Bam. Und das war's. Und das war's dann. Nice. Mit einem sehr coolen Angriff gefinished. Und das war's auch schon. Oh, okay. Auch eine sehr schöne Mission. Mit schönen Zwischensequenzen. Das finde ich richtig cool. Das motiviert auch. Okay. A, S, S. Wow. A, B, S. Okay, ich dachte gerade. Wow. Ich dachte gerade. Nee, da habe ich doch zu viel Schaden bekommen. Aber es geht. Geht, geht, geht. Oh, das ist die Macht der Liebe. Macht aus jedem ein Monster. Oh, das ist die Macht. Geht, 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 geht. Geht, 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 geht. Mit der Macht der Macht, ich glaube, kann ich das wieder vor? Und das war der Macht, gut? Aber echt? Und das ist eine große Sprache löser. Und das ist so, wie wenn die Macht eingefreste, ich glaube, ich glaube, es geht darum, das geht darum, wenn ich mich richtig gut von der deutschen V expensive. Wenn du auch nicht aus dem Schaden habe geplant, dann Oilsteig. Oh, ich habe noch ein paar Sachen. Ich bin der Smoaker-Tur. Ich habe mich mit dem Beleidenschaften. Ich bin der Smoaker-Tur. Ich bin der Smoaker-Tur. Das war gut, Smoaker-Tur. Der Smoaker-Tur ist jetzt ein Verwanderungsgericht. Der Smoaker-Tur hat auch, dass du einen Mann als Mann für Smoaker-Tur. Das ist ein Fehler. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist überraschend. Das ist sehr überraschend. Wie einfach die Leute ihre Stimmung ändern. Ja. Okay. Level 30. Juhu. Und Robin kriegt auch ordentlich was dazu. 1000 Barry. Bande der Freundschaft Plus. Bitter nötig. So kurz wie die immer bleibt. Und ganz viele Münzen. Bam, bam, bam. Noch ein bisschen was. Okay, als Garp. Block von Garp. Neue Galerie. Bla, bla, bla. Kizaru kriegen wir offenbar noch nicht. Aber wahrscheinlich auch noch. Irgendwann dann, wenn die Story sich so entwickelt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja. Nein. Wenn die so eine große Bedrohung ist. Ja. Zusammenbruch. Marine vs Piraten. Wow. Okay. Das ging kurz. Das war schnell. Weil, na gut. Egal. Falls es euch gefallen hat. Will mal liken. Falls ihr euch abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Space. Tschau Leute. One Piece. Kaizoku Musou 2. 1. 2. 3. 2. 2. 3.